Lass mal gleich bei C hochhüpfen. Hier los. Ist doch der da. Okay, dann lass gleich runter bei B gehen. Ah, da kommt zwei, da kommt zwei, da kommt zwei. Boah, zwei. Was? Ich hab doch geblockt. Hey man, also das blocken funktioniert manchmal meiner Meinung nach. Ich hab mir direkt den Kopf gespalten. Das war der erste in den 7 Sekunden Spawn. Wahrscheinlich nehmen die nicht auseinander. Ja geil, ich hab grad meine Ulti gehabt. Mach die. Und in dem Moment fickt er mich von hinten. Pimmel. Zone A verloren. Zone C eingenommen. Jetzt wollte ich grad den da wiederbeleben, der da war. Boah. Geil. Ja, sind zu dritt bei mir oben. Bist du bei C wieder oder was? Ja, ich war bei C tot. Sind zu dritt auf einmal bei C gewesen. Ich muss mich bei B die Einheiten wegmachen. Komm, alle Runde. Ja, ist ganz toll. Was macht er denn? Boah. Ich konnte gar nicht machen. Was was wir für Programme bekommen haben als Gegner. Man ist das ätzend. Zone C eingenommen. Da kommt schon wieder einer hoch. Pass auf die Treppe. Ich geh hinterher. Jo, er schmeißt mich runter. Er ist fast tot. Er macht einen Kick und ich bin weg. Ich hab die ganze Zeit runterzugehen, wie es funktioniert aber auch nicht. Weil er einfach so hart geäußert wird. Und er puzt mich an. Ich fliege bei ihm wieder, ey. So ein schmütiges Dögerämpchen. Oh, du hast doch gerade eine Ultimere. Mhm. So konnte ich C verteidigen. Ich hab keine Lust gerade einmal rumzulaugen. Fies präschen. Oh, bisschen. Um das runter bei B gehen jetzt. Wo ist denn diese verkackte Leiter? Da. Hier Dings. Ich hab's nicht gehört um den Sack von dem. Ich sehe dich immer gar nicht. Das ist so. Da bist du. Das ist von dem Namen her finde ich es immer leicht. Unversichtlich. hey tommy ruhig dich bleib locker das sind meine art hier blöde was auf die das alleine hinter mir ist keine aber die haben sie schon wieder um amt schmiede c hat es da kommt einer bei c runter da kommt einer bei c runter wir haben geholfen block doch leider seid ihr das ja ich tut leider nicht umstumpen oder leichter auswählen dankeschön hier scheiße ja jetzt zieht er noch die ulti warmtot da kriegt er noch die ulti das ist nicht wahr zu viert zu viert da bei uns moment die ulti noch das gibt es doch nicht ich krieg mal kurz vorzustellen und die was sie auf die sterbe ich die ulti stehe ich nur neben mir ja wir sind jetzt schon im arsch hinter dir ich komme nicht weg hier man meine eigenen einheiten blocken mich immer einbruch kein respawn ganz toll hier wieder belerb werden das cool lassen weg machen auf jetzt auf jetzt wer du nenne ich lebe noch noch aber hier sind wieder zwei einheiten einem von uns zu achten was du auch noch war ein wirbelägen ja ich krieg keine ulti bevor ich sterbe echt das ist nicht fair gnadenlos ficken sie mich auseinander schnelle runde zwei minuten 15 lass mal gleich weiterlaufen aber ich schwöre die wenig bessere ausrüstung habe das ist ja mal am geilsten die level einser dinger was haben wir an der redaktion gaben abklingen zeit das heißt gar nichts hoffentlich sind die teams jetzt anders zusammen gemischt das eben aber wieder die arschkarte das kann ja gar nicht geht ja gar nicht du bist ja eine fraktion und wir spielen ja immer gegen andere fraktion also ist immer dasselbe team aus das die länder raus bei den gegner glaube ich das verstanden oder es ist so gemacht dass du einfach welches aber dem teams und wenn du gewinnst dass der punkt wieder fraktion gesammelt aber macht ja nicht wirklich sind ja wer weiß der thomas der max game haben dramatisch und die zeit läuft das sowieso runter aber ich spiel den auf jeden fall noch ein bisschen ich drücke sogar gleich ich habe ausrüstung gar nichts genau die gleiche team zusammenstellung wie eben oder ich hoffe nicht bei den gegnern drei samurai eine lanze und einem doppelschwert also schnell dieser magister ist glaube ich neu bei uns der level 10 12 ausrüstung ja der spielt denselben wie ich oder spielt einen ritter 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 hau weg die scheiße der folge sind jetzt wieder die wollten nämlich hochkommen jetzt habe ich den runden eingeklemmt er macht mich mit zwei ich block noch in die Richtung Jungen was kann ich denn mehr machen als blocken das regt mich so auf was drückst du scheiß überhaupt wenn sie nicht funktioniert ich guck schnau mir im perfekten Stück was macht er in der Woche zu dritt in der Mitte die Gegner weich draus machen wenn ich einmal schlagen will die dreimal zu ich will die schnelle fortzufolgen zieht man nicht da ist so wir haben wir den sc verloren also ja was ich dort war um die mich weggeschnitten hat dann schaue ich muss leider in die Farbe weg alle von der Stadt schlägt wir können bei der richtigen mädchen ich habe mich wie die hochgekommen ist ich habe wieder hoch runter gelassen er kann ja wie die Seite hoch links gibt sie einen Weg hoch ja ein Weg gab es noch ich will mich wieder beleben ne das ist ja gar nicht gut ohne EC eingenommen ist das gut gemacht ich will mich wieder beleben ich glaube die wollen geschlagen werden ich bin so brutal weg die alte jetzt habe ich sie weg gemacht geil ist er mir echt auf den Fersen dieser Pisser da ich kann nicht wieder was ist da los er hat schon nein nein ja ich komme nicht weg weil meine irgendwie zu bläde ist alle ich spiele ich mit einem Bus mit dem Typ ey ich will einen Bus Simulator spielen ich habe ja so richtig hart nur hier ich habe nur hier AC wenn den erobert oder was du bei AC ja ja der hat mir in der Drehung hat die mir gegeben ey Mann 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 hat er dich eben seine Ulti erst gehabt ja keine Ahnung die haben mir Ulti immer Zone C eingenommen ja jetzt kommt die alte wieder ich kann nichts machen gegen zwei wo sind eigentlich unsere zwei ja weiß ich nicht die gambeln euch um die Idioten ja ich krieg einfach nur eins die zwei die dich getötet haben die haben mich jetzt auch getötet und wenn du denkst dass du gegen zwei mal einmal diesen Flächenangriff durch kriegst du mit einer von beiden stirbt der der wenig leben hat vergieß es die penetrieren dich so hart dann machst du gar nichts mehr schnell spawnen die sind schon wieder zu tritt bei C oben fucking drei leute ja ich mach nichts ha 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 geil Dauer sterben hier läuft aber zum Glück ist es zu Ende boah Es tut mir leid, aber solche Videos